Hallo, ich bin die Daniela Bischof vom Bauernhof Bischof. Und wie man hier im Hintergrund sieht, stehe ich hier auf dem Wochenmarkt. Nächstes Jahr Bauernmarkt in Pfadzheim, in dem sind wir jeden Freitag von 9 bis 14 Uhr. Und unser Konzept ist, wir möchten regional vermarkten, wir sind Direktvermarkter. Wir haben zu Hause auf dem Bauernhof, der nicht weit von hier ist, eine Mutterkuhhaltung, eine Geflügelhaltung. Wir haben Pensionspferde, wir schlachten das Geflügel bei uns auf dem Hof selbst. Das Rind wird im Nachbarort geschlachtet und bei uns dann zerteilt. Wir verpacken alles auch mundgerecht. Wir schneiden auch Gulasch, wir schneiden Geschnetzeltes, wir vakuumieren, wir marinieren. Im Nebenstand haben wir noch unsere Eier, die wir hier auch direkt vermarkten. Wir sind auch noch auf dem Markt in Birkenfeld samstags von 9 bis 12.30 Uhr und haben vor allem unseren Hofladen donnerstags durchgängig von 9 bis 18 Uhr. Und freitags, nachdem wir vom Bauernmarkt heimgehen, von 15.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Wir tun das, was wir tun, wirklich mit Herz und Liebe. Und wir freuen uns, wenn die Kunden zu uns kommen und schätzen, die regionale Produkte schätzen. Herzlichen Dank für Teil 1. Herzlichen Dank für Teil 1. Herzlichen Dank für Teil 1.